Jo Leute, Viertelfinale ist ebenfalls um, sprich es geht in Richtung Halbfinale und dort haben wir jetzt eben auf der linken Seite Dark Ologging gegen Elgavur und auf der rechten Seite Mr. Pat gegen mir, König Rober, mich und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt dort rauskommen wird. Die Runden sollten einfach bis Ende der kommenden Woche, also bis zum 4. Juni am Sonntag da sein und das wär's dann auch schon wieder soweit. Bis zum nächsten Video, Leute!